Yo, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Live-Kommentary. Ich spiele mit der FAL mit Reflex-Visier und Schaft auf, äh, wie heißt die Map noch gleich? Auf Carrier, glaub ich. Natürlich, FAL in Gold. Da oben ist schon der erste, war ein Sniper. Weiß nicht, so haben wir ihn nicht. Ist er, ja, er ist, der ist direkt nach da hinten gelaufen. Hier könnte jetzt einer sein. Ja, da ist, wird auch einer sein. Aber gut, dass das nur eine EMP-Granate war. Okay, ich glaube, wir gehen mal hier weg. Hinter mir dürfte jetzt gleich einer sein. Der kommt hier. Okay, er ist runtergelaufen. Ja, er ist runtergelaufen. So, dann geht's hier weiter. Hinter mir. Okay, hinter mir habe ich hier. Hinter mir oder jetzt hier. Okay, da ist der gespawnt. Da hinten könnte gleich einer sein. Ich ver... Ich verpiss mich mal hier, hinter mir. Oh mein Gott. Okay, da war noch einer. Wir campen mal kurz hier. Möglicherweise kommt hier jetzt einer rein. Ja, okay. Haben wir nichts machen können. Keine Munition mehr in der Waffe und dann ist man halt eigentlich immer direkt tot. Also man überlebt mit Glück. Hinter mir dürfte jetzt der Sniper gewesen sein. Wenn man könnte hier... Okay, da war einer. Werfen wir mal zu viel rein. Den haben wir leider nicht. Dann ist er... Ah, wusste ich's. So, hier könnte der Nächste kommen. Und er klettet mich. Oh mein Gott. Er hat mich wirklich geklettet. Okay, ich weiß nicht, warum er nicht stirbt. Okay, hier ist einer mit der Friedensstifter. Okay, den haben wir auch. Da dürfte der Nächste spawnen. Er macht aber grad nicht. Ist hier einer? Nein, dann ist jetzt hinter mir auf jeden Fall einer. So. Okay, da waren sogar zwei. Drohne schon mal. Konterdrohne auch direkt raus. Hinter mir. Und da unten drin. Okay, keine Chance grad. Macht nichts. Dafür haben wir direkt am Spawn den Nächsten gegeiert. Da hinten könnte einer sein. Hier kommt jetzt einer mit seiner EMP. Ist hier noch einer? Hier direkt neben mir ist noch einer. So, den hab ich da hinten. Oh mein Gott, halt die Fresse. Sorry, Lassim. So, den haben wir. Ah, ich musste kurz stumm schalten. Warum er das war. So. Tut mir leid. Tut mir leid. Jetzt geht's weiter hier. Bin jetzt grad voll aus dem Konzept, weil ich jetzt nicht mehr weiß. Okay, da hinten. Warum hab ich geschossen? Ich verpiss mich mal. Okay. Warum wechsle ich auch auf die Pistole, Mann? So unnötig. Da schon wieder. Ey, was ist denn jetzt los? Ich bin voll aus dem Konzept gebracht worden. In diesem rumschreienden Kind. Egal, 24 zu 5. Das geht doch noch in Ordnung. So, wenn ich jetzt nicht mehr sterbe... Lass ich das sogar durchgehen. Als Live-Kommentary, denn das ist recht in Ordnung. Okay. Oh, lass mich schnell hier runter. Gut. So, hier vorne. Und jetzt hier rechts. 30 zu 5. Das war doch mal eine gute Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal eine gute Bewertung da. Und ich denke mal, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut rein. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.